so rollertagebuch weiß ich nicht werde ich nachher ein folgendes problem und zwar habe ich ja so ein kleines problem vielleicht konnte man weiterhelfen ja vergaser habe ich schon mal gereinigt bringt nichts ja ich zeige das das problem mal moment gibt kein gas jetzt gebe ich gas dann seufte ab nichts zu machen ja motor kaputt keine ahnung wirft die car auf den müll ey mein gott alter es ist echt weiß nicht also keine ahnung ich wünschte ich hätte noch einen roller komplett neu moment warte mal das licht an machen so auch wenn ich hier vollgas gebe da noch mal als beweis vollgas ja vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen was das sein kann ich grüße noch meinen schatzi schatz ich liebe dich ich muss jetzt wahrscheinlich scheiß bahn fahren ja also verstehe ich nicht was ich auch komisch finde ist dass das licht immer wieder ausgeht ja das sich unterm roller kann ich einmal zeigen kann ich auch ein bisschen seltsam moment wo haben wir es da da ganz viel öl da ganz viel öl da ganz viel öl ja ja naja wenigstens hat er sich einen schönen platz zum verrecken ausgesucht bei mir zu hause ja was würdet ihr machen würdet ihr sagen schmeiß weg oder reparieren ich bin mal gespannt in diesem sinne dann ja bis zum nächsten video ciao leute haut rein und dann dann und dann